Ja, Marianne, wenn du jetzt schon da bist, der Pfischti, ich sage immer Pfischti, der Patrick Indlekofer, der macht ja am 4. Dezember, der Klauselauf in Allschwein, wir sind mit dabei, die Frau Zart ist mit dabei. Ich hatte die Idee, dass wir Kinder an den Start bringen, da unser Rambo ja leider nie gewonnen hat. Jetzt müssen Kinder gewinnen und ich meine, du mit deinen vielen Kindern. Ich habe hier schon eine tolle Idee. Du musst es richtig trainieren, du hast noch Zeit, bis am 4. Dezember. Ich will nochmal gewinnen. Du musst es dann aber auch richtig anpeitschen, also richtig. Dann stelle ich doch auch noch ein Team auf, mit den besseren Kindern. Genau, Schlossbuben machen auch noch Kinder. Genau. Wer gewinnt, wer ist am besten? Ich glaube, die Polzat. Wir machen noch so T-Shirts mit so einem Aufdruck. Und das wird uns so richtig fragen. Wir machen für alle drei Teams so einen Aufdruck und dann geht das richtig ab. Unsere Kinder wie Nachbarslumpi. Das wird toll. 4. Dezember müssen wir uns gut merken. In Allschwein. In Allschwein. In Allschwein. Das heisst, jetzt Vorbereitung, Proben, Training. Hm. Herbstferien. Intensiv Lagerwoche. 4. Dezember. Das kriegen wir alle.